Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, Larissa Müller leidet an einer schweren Krankheit und deswegen bitten wir die Schulkader Kickers euch alle am 4. März ins Gazi-Stadion an der Waldau zu kommen zur Typisierungsaktion und wir hoffen ihr erscheint alle zahlreich und an Larissa alles Gute, bleib stark und wir sind für dich da.